Hallo Leute, ich bin DarkProtator86 und willkommen zu einem neuen Video. Heute entführe ich euch in das Spiel Death Forest. Ein Horror-Survival-Game, das allerdings noch in der Alpha-Phase steckt. Ich starte dieses Spiel gerade zum ersten Mal, also lass uns überraschen, was passiert. Vielen Dank. Hm, kein Ladenpark. Ah, ich sitze in meinem Flugzeug. 40 min. Das ist so. Okay, das ist so. Oh, Baja. Ein Flugzeugabsturz. Denkt sich schon mal gut an. Router. Mann. So ein Zon entführt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. 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 Jetzt machen wir uns was zum Essen. Naja, deswegen klingt das die Leute nicht alles zusammengeessen haben. Hey, du huckst. Wo haben wir fallen? Gehen wir das gleich mal aus. Ja. Baum fällt... Irgendwann. Ja, jetzt Spawn fällt... Ja, jetzt Spawn fällt... Was mache ich mit den... Die Dechse. Die Düften haben nicht geschmeckt. Die Düften haben nicht geschmeckt. Ja. Drift, Block... Und... Okie-tokie... Wie kam es in... Na... Ja, jetzt... Okay. so schien ist da ah schön ok ich habe zwar keine ahnung was ich da gerade gemacht habe aber gut ich habe keine hauspaum wie viel erklärt das spiel nicht gut viele posse schiere Soll ich alle finden? Ah! Unterkunft Lockwitte Okay Weichende Baumstämme Da hab ich auch irgendwann gesehen Moment, also Gut Noch irgendwo welche? Das heißt, zuwarte Baumwarten Hino zum Beispiel Ah, da unten steht's 84 Das ist gut Oh ja Ganz schön im Ende So So Dürfte vielleicht kaputzen Jetzt drohen wir anzeige Was sind das für komische Gerasche? Komm schon Allendlich Na bitte Geht doch Und, kann ich noch einer mitnehmen? Nö Dürfte ich noch zwei auf einmal Ist aber auch viel 80 noch Was sind da eigentlich noch? Kleine Blockette Daten Ein Feuer Oh, das sind viele Sachen Freie Spawn Oh, das sind viele Sachen Freie Spawn Ja Komische Geräusche Komische Geräusche Wind Platt von Treppe Pavilion Lochschneider Steinzeugen Ah bumm Ein Baumhaus Wie kann ich das hingehen? Aha Ich wollte solche Zweige Und weiter hin Und weiter hin Räume Der klingt jetzt mal schneller Das interessiert mich grad Das Baum aus Ich glaub da ist noch ein Weg Was ist das? So, was ist das? Wichtig ist, wo ich hin schlag? Was ist das? da ist noch einer Ich hoffe ich wäre bald fertig, dann habe ich kein gutes Gefühl. Ah ne, das nächste ist diesen Baum. Na, das kriegen wir ja schon. Echt gut hin. Warte, sehe ich? wirklich? Ich bin froh, dass ich noch keine getroffen habe. Auch wenn mir das etwas Angst macht. Da ist der nächste Baum. Da kann ich schon viel lernen. Oh, da liegt noch einer. Oh, oh. Ach, mein Mann, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ach, ihr. Ob das eigentlich abbrechen? Ich bin froh, ich bin froh. Ja, brauche ich lieber mein Baumhaus fertig Bei mir brauche ich noch 13 Baumstecken, 13 Stöcke, ein Seil Komm ich an ein Seil Das kann man sicher irgendwie craften Und irgendwo war da noch einer rein da Meine Kollegen Stoff Stoff Bestand Nee Das nicht Ah So Ein Seil Geht noch 3 Baumsteine und 13 Stöcke Ah, das haben wir ja bald Baumfeld Baumfeld Fünf noch Da muss ich hier Stock suchen können Fünf dürften, zwei Bäume sein Alter Alter Warhard Auf jeden Fall keine Energie mehr Isst etwas oder hol dich was, dann essen wir was Ja, ich verstehe Die blaue dürfte die maximale Haustor sein, die ich gerade haben kann Die andere Die ich gerade habe Oh, da sind fünf Es wird zu dunkel Es wird zu dunkel Ich wollte dich fertig sein Weil Nacht wird Weil Nacht wird Nacht wird Schön finster Ja Das ist das Temmerum Das ist das Temmerum 3 Stöcke noch Ich erkenne nichts Ich erkenne nichts Ich glaube ich werde mich Da haben wir das Flugzeug ein bisschen verschanzen Wenn ich wieder reinkomme Nichts aus Nichts aus Das ist das Ich werde mich an Nämlich Und Ich werde mich zufassen . Ich werde mich unter Keine Teile Das Ich werde mich Gete Er Ich werde mich fest Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Was habe ich da gerade gemacht? Ich sollte was essen. Was ist das für Geräusche? 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 Einen noch. Was ist das für Geräusche? Oder nicht. Kann doch nicht so schwer sein noch an einem Stock zu finden. Was ist das für Geräusche? 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 Jetzt können wir uns in Ruhe dieses Zeug da anschauen. Was ist das für Geräusche? Was ist das für Geräusche? Was ist das für Geräusche? Ich finde Timmy, brauche ein Lager. Ich finde die der nächsten Passagiere. Lager Auf jeden Fall stecke Nein Dafür auch Ein Karten Stock Lager Raumstock Lager Interessant Da kann ich schlafen Und speichern Oh, ein Vogelchen Hm Bände in der Luft herum Jetzt haben wir wieder's hell Ich bin hungrig Gut, jetzt ist mir die Nahrung auch rausgegangen So Sollte ich wohl auf Nahrungssuche gehen Aber Dies mache ich nicht mehr heute Bevor ich Bevor ich mich weiter Weg von meinem Lager begebe Wenn ich dieses Video mal beenden Und Ich hoffe wir sehen uns bei der nächsten Episode Zu The Forest Bye